Du redest mit einer Ausgestoßenen? Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihrer Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt, sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte. Hilf mir bei dieser Sache. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bringen sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Okay, die Lippensynchronisation passt nicht ganz immer. Dann werden wir diese Quest mal einfach mal auswählen. Und man sieht auch unten die Belohnung, Erfahrungspunkte und Speerschadenstärkung. Also lohnt sich dann anscheinend auf jeden Fall auch. Das finde ich cool. Also Nebenquests und so. Hattest du den, dass die Maschine schon... Nee, ich glaube nicht. Hier liegt auch nichts, ne? Aber erledigt hatte ich den. Also ich gehe mal davon aus, dass eigentlich alle was fallen lassen. Das hilft bestimmt weiter. Nee, ich glaube, du hast das gemacht, bevor du hingegangen bist. Lachs. Gans. Da ist die Gans. Das sind feindliche Maschinen und auch gar nicht mal so wenig, wie es aussieht. Okay. Wir haben unsere erste Nebenquests. Warte, mach mal die Karte. Was ist dazu? Oh, das steht nicht, wo du bist, ne? Doch, da. Nein, wie... Äh, wir haben doch gerade den Wegweiser, die Steine gesehen. Wisse? Läuferareal. Oh, hier ist logisch schon irgendeiner ganz nah an mir dran. Da oben ist wo's Gras ist. Oh, das ist schön. Dann zeigt er mir das Rot an. Ach so, wenn ich ziehe noch, aber okay. Sind sonst noch die Steine hier, Loco? Ich kann's mal versuchen. Kriegen da die anderen das vielleicht ja nicht mit? Hast du das mitgekriegt? Ne, sieht nicht so aus, aber ich kann hier oben irgendwo hoch. Ist ja egal. Machen wir das mal. Weil dann muss ich die ja eigentlich von hier oben herlegen können. Warte, dann geht das Seil hin. Zu so'n Podest. Bleib doch mal ruhig stehen. Ich kann mich also auch treffen. Das ist eigentlich... Ist das ja gut. Weil dann ist man, äh... Nicht in völliger Sicherheit. Wie, sind die alle anderen jetzt abgehauen? Scheit. Okay. Ah, das sind wohl nur Podeste, dass ich von oben halt kämpfen kann. Oh. Kann sie nicht gut haben. Ach, da oben ist mein Gesundheitsfall. Alles klar. Da hab ich auch gar nicht so wenig verloren. Oh, ich hab' ne Waffenmodifikation erhalten. Dann gucken wir gleich mal ins Menü. Ich sammle erstmal hier alles auf. Okay, da oben sieht man also, äh, unterm Leben quasi, wie viel Leben man gesammelt hat, glaube ich. So, dann gehen wir mal einmal ins Menü. Und ins Inventar. Ah, jetzt zeigt das hier aber auch an Modifikation. 15% Schadenspule. Ach, den behält man quasi auch. Hier sind unterschiedliche Rohstoffe, die man gesammelt hat. Die wird man bestimmt noch dann für irgendwas verwenden können. Hab' ich alles gesammelt, ja, ne? Ich hab's schon, ja. Oh, da sind auch welche. Pass auf. Wow, da sind zwei. Oh, da sind zwei. Ich denke, dass du auch eine falsche Einfluss hast. Oh, okay. Ist gar nicht so einfach. Wow. Wow. Die haben mich auch nicht getroffen. Ich wollte einmal mit einem Schwer zuhauen und gucken, ob das was bringt. Komm, mit einem Schwer zuhauen. Ja, sehr cool gemacht. Also, äh. Das Bock hat aber auch gerade ordentlich Schaden genommen. Okay, die kehren dann auf jeden Fall irgendwann wohl wieder in ihre Gebiete zurück. Boah, die ist gerade in die Pumpe gegangen, ne? Ja. Ja, hat man wohl gemerkt. So, es gilt aber immer noch, äh, Arana zu finden. Die ist doch ein Stückchen entfernt. Ja, jetzt mal wieder mal ein bisschen Gesundheit pümpen. Pfeile kann ich vielleicht auch wieder herstellen. Aber die machen, die machen anscheinend ja nicht viel, ne? Aber du musst, äh, von denen ja die Sachen. Einmal was, ja. Okay. Okay, mein Gott. Was ist denn hier oder was? Oh, eher mich aber. Ich wollte hier noch zur Seite wegspringen. Da ist mein Leben wieder dahin. Jetzt lauf nicht weg, du Spaß. Aber ich muss echt sagen, also die Kämpfe, die sind schon sehr cool gemacht. Einmal musst du. Ja. Du hast noch einen getötet, vielleicht hat der was. Meine Steine sind voll. Heilung ist immer gut. Ja, wo war der denn jetzt? Man muss echt so gucken, wo man die erledigt hat. Ja, was ich brauche, habe ich auf jeden Fall. Ah, hier. Ich denke mal, man wird wie er vielleicht auch handeln kann oder so. Das muss Alana sein. Nur einer. Und sie steckt in der Klemme. So, hilf mir doch jemand! Ich sitze hier fest. Was ist denn? Da oben. Da sitzt du. Total. Ich kann nicht runter. Hilfe! Ich kann nicht runter. Ich kann nicht runter. Ja, kann ich die hier schon mal herstellen, oder? Ach, kann ich doch. Okay. Ich würde noch nicht wieder zu. Ja, mal ausprobieren, oder? Hilfe! Dann kenne ich uns jetzt ja. Hilfe, hilf mir doch jemand! Ich bin hier fest! Ich mach Hilfe! Ich mach nicht runter! Nee, das macht kein Schaden. Ja, Schaden macht es schon, aber anscheinend nicht. Ja, ich bin nicht der beste Schütze, wie man sieht, aber ich meine, ich finde, auch bewegende Ziele ist doch gar nicht so einfach, ey. Ich lasse noch einen. Ich glaube, dieses, äh, was ich eben ausgewählt habe. Bitte schön, dass man, ähm, ähm, äh, mit einem Schlag kleine Gegner töten kann. Das ist wahrscheinlich, wenn du dann da irgendwo versteckt bist. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, wir kommen sofort. Warte, steht da schon. Okay, gehen wir hin. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will... Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Och, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte. Gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Wie geschmeidig ist sie sich jetzt gedreht hat. Ja, was mich jetzt so interessieren würde, ist, ob man die Quest auch quasi abbrechen kann. Bis jetzt war es ja immer so, dass man die annehmen muss. Ob ich mit Kreis zum Beispiel das wegdrücke, dass ich die nicht annehme. Ich meine, das ist natürlich optional. Ich bin ja nicht gezwungen, das zu machen. Die Quest ist dann einfach vorhanden. Ein Wildschwein? Okay, das war das Gebiet. Mit meinem Fokus absuchen. Was zeige ich denn hier an? Ah. Okay, da sind die Spuren. Was ist das da hinten? Das ist ein Wildschwein. Ah, das ist cool gemacht. Ja, das stimmt. Habe ich das Wildschwein wohl angereift? Ach, die kann ich markieren. Da bräuchte ich gar nicht jedes Mal rein. Ich war mal im Urlaub gewesen. Oder ja, mit unseren Hunden gewesen. Und Aray, der ist einfach so frei gelaufen über so einen Zaun, da wo Wiese war oder irgendwas, wo es war. Und irgendwann haben wir ihn dann die Bellen gehört. Und hinter ihm ist ein Wildschwein dahergelaufen, was ihn angreifen wollte. War schon hart. Das glaube ich. Aber es ist nichts passiert. Hey, da ist ja jemand. Was sind denn jetzt die Fußspuren? Also die hören hier auch auf. Also sind die das hier wohl. Ja, wenn wir hier. Und auch nicht wenig, wie es aussieht. Ich kann ja erst mal zu der Person hier hinrennen. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Ach, da geht die Spur weiter. Aber ich gehe mal einmal hier hin. Ja, ich bin in einer Siedlung. Gut, machen wir aber erst die Nebenquest. Und wenn sie die Spur nicht wieder auswählen? Ja. Ja, die war gerade irgendwie einmal verschwunden. Kümmern wir uns auf jeden Fall erstmal hier rum. Sonst ist das nur ein zu großes Durcheinander. Oder man vergisst es schlichtweg. Auch der Sound ist auch richtig gut. Die Musik gefällt mir bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut hier, der Titel. Gehren weg. Noch. Das ist aber auf jeden Fall ein gutes Stück, was wir zurücklegen müssen. Ja, also man hat ja schon gesehen, dass ich es auf jeden Fall brauche. Die Spur endet hier. Bestimmt hat Ellen Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Ich sollte drüben nachsehen. Ich sollte drüben nachsehen. Ich sollte drüben nachsehen. Okay, Herr. Kommt mir auf den